Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles ein bisschen schief ist. Ich werde das mal eben checken. Ja, ich habe hier eine ganz komplizierte Konstruktion gebaut. Wir haben einen anderen Hintergrund. Tada! Ja, wir sind in meinem Zimmer. Ich habe das irgendwie ein bisschen jetzt schöner arrangiert. Und ja, mal gucken. Es soll heute um die neuen Make-up Revolution Sachen gehen. Wie ihr hört, ich bin krank. Ich bin erkältet. Juhu! Aber das soll uns jetzt nicht stören. Ich werde trotzdem dieses Video machen, weil ich da einfach Bock drauf habe. Wir werden uns schminken mit den... Also ich werde mich schminken mit der Flawless Palette. Und Blush muss ich noch gucken, weil da habe ich jetzt so viel Auswahl. Meine Haare sind noch etwas nass. Ich komme gerade aus der Dusche. Ja, wir legen einfach gleich los. Make-up habe ich schon aufgetragen. Augenbrauen habe ich schon gemacht. Und let's go! Ich werde zuerst eine Lidschatten Base auftragen. Die von Urban Decay, die Primer Potion. Ich möchte mir mal irgendeine andere kaufen. Vielleicht die von Kiko, weil die liebe Lisa, die Blumyberry, hat gesagt, dass die gut ist. Und da ich auf ihre Meinung vertraue, werde ich mir die wahrscheinlich mal angucken. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ab und zu ein bisschen schniefen werde, aber... Ja, was soll ich sagen? Ich bin krank. So. Das ist ja auch immer besonders toll, dass man dann am Wochenende krank wird. Geht euch das auch so? Die ganze Woche über ist man fit. Und dann, wenn man endlich Wochenende hat, wird man krank. So. Lidschatten Base. Ich habe mir diesen Lidschattenpinsel von Essence gekauft. Ich werde den jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Und ja. Das wird jetzt ein bisschen schwierig mit der Palette, weil ich ja diesen einen kaputten Lidschatten da habe. Ich glaube, wir machen heute so ein bisschen was Copperfarbenes. Darum werde ich zuerst Metal nehmen. Oh, oh, oh. Diese Farbe hier. Nein, die. Und ich werde mir die auf das ganze Lid aufgeben, beziehungsweise ungefähr bis hierhin. Und wie gesagt, eben mit diesem Essencepinsel, den ich davor noch nicht ausprobiert habe. Was ich an dem ganz schön finde, ist, dass der so schön klein ist. Da kommt man eben gerade hier vorne gut hin und schmiedet sich das nicht überall hin, wo es nicht hinkommen soll. Das fällt mir jetzt so spontan positiv auf. Und ja, ihr seht, die Pigmentierung ist einfach wunderbar. So, Metal haben wir aufgetragen. Als nächstes nehme ich Golden Night. Golden Night ist die Farbe darüber. Das ist echt schwierig. Diese hier. Weil wenn ich das jetzt zu sehr kippe, dann fällt sich der ganze Lidschatten raus. So, Golden Night gebe ich hier in die Mitte des Lids auf. Auch richtig schön pigmentiert. Ich hoffe, ihr könnt die Farben jetzt gerade ganz schön sehen. Ich bin wirklich begeistert, Leute. Im Anschluss nehmen wir jetzt etwas von Copperschimmer. Von dieser Farbe hier. Und wir werden danach Mourton Chocolate, das ist das hier, noch nehmen. Also diese beiden Farben. Erstmal, wie gesagt, Copperschimmer. Diese Flawless Palette gibt es übrigens auch in Matt. Ich glaube, das sind die gleichen Farben, nur dass eben alle Farben matt sind. Das ist für Leute, die auf matte Töne stehen, vielleicht ganz interessant. Ich bin ja irgendwie eher so der schimmernde Typ. Wir machen übrigens gerade alles mit einem Pinsel. Mal gucken, wie das weitergehen wird. Ich nehme jetzt Moulton Chocolate. Das ist einfach diese dunklere Farbe, die ich euch eben schon gezeigt hatte. Ach, die sehen zusammen einfach traumhaft aus. Gefällt mir richtig gut bis jetzt. Jo, Moulton Chocolate ist sehr, sehr schön. Ich komme jetzt aber an einen Punkt, wo ich einen anderen Pinsel noch brauche. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach den Smoky Eye Brush auf von Essence. Und gehe nochmal in Moulton Chocolate. Und intensiviere das hier alles so ein bisschen. Ich nehme das auch ein bisschen mit nach vorne. Ich nehme halt die Farbe, verteile die mir hier so in der Lidfalte. Und wenn ich da noch ein bisschen was drauf habe, gehe ich da mit nach vorne. Einfach, dass sich das da nochmal wiederfindet. Also, boah. Die Farben sind wirklich der absolute Hammer. Also die Flawless Palette kann ich euch auf jeden Fall empfehlen bis jetzt. Ich finde das eigentlich schon so ganz schön. Ich nehme mir jetzt einen Blendepinsel. Das ist der Soeva 227er. Und gehe in mein Puder. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt nicht genau weiß, welche Farbe der Farben hier so gut passt. Und ich das Puder jetzt einfach hier habe. Das könnte man aber dann natürlich auch mit einer der Farben aus der Palette machen. Und wenn wir das so verblendet haben, schließe ich erstmal meine Palette, weil ich Angst habe, dass dieser Ton sonst noch mehr kaputt geht. Oh, vorsichtig. Und lege die hinter mich. Und öffne jetzt erstmal nochmal die Blush Palette. Das ist die Golden Sugar. Die so aussieht. Mach mal den Pinsel ein bisschen weg. Die ist einfach unglaublich schön. Ich hoffe, ihr konntet die Farben jetzt gerade gut sehen. Und da nehme ich mir jetzt den schimmernden Ton hier, diesen hier oben. Und werde den als meine Highlight Farbe fürs Auge nehmen. Da gehe ich wieder mit dem Soeva Pinsel rein. Und gebe mir davon was unter die Augenbraue. Das ist halt auch echt toll. Ich möchte euch jetzt nicht hier blenden. Aber die hat hier, ja so geht's. Die hat hier so einen ganz großen Spiegel eben. Und das finde ich eigentlich auch immer recht praktisch. So, geben jetzt eben unter die Augenbraue. Und verblenden das ein wenig. Ich werde jetzt meine Wimpern tuschen. Und zwar verwende ich da zur Zeit ziemlich gerne eine Kombination aus zwei Mascaras. Und zwar nehme ich immer zuerst von Covergirl die Clump Crusher. Das ist eben eine wasserfeste. Und im Anschluss daran nehme ich von Maybelline die Rocket Volume Mascara. Also eben eine Kombi aus diesen beiden. Und ja, das gefällt mir zur Zeit ganz gut. Ich weiß nicht. Ich bin da wirklich so ein Typ, der ganz oft Mascaras wechselt und dann auch wieder Kombinationen total toll findet. Dann wieder was anderes findet und so weiter und so weiter. Die werde ich auf jeden Fall jetzt mal eben auftragen. Und dann kümmern wir uns um den Rest des Gesichts. Den Rest, ja. Den Rest. Bis gleich. So, meine Wimpern habe ich auch getuscht. Ich werde euch jetzt etwas zurückfahren. Und wir kümmern uns jetzt um die Wangen. Ich glaube, dass vielleicht die Farben ein bisschen besser rauskommen, wenn wir etwas weiter weg sind. Ich glaube, ich werde Loft Me The Best verwenden. Das ist einer dieser Vivid Baked Blushes. Upsa. Dieser hier. Und da verwende ich ja immer gerne von The Balm diesen Pinsel. Und da werde ich jetzt einmal so reingehen. Und wir werden uns das jetzt einfach mal angucken, wie sich das auf den Wangen so macht. Ich finde es eine sehr schöne Farbe. Ich hoffe, das kommt jetzt in der Kamera auch raus. Das gibt so eine schöne Frische. Ich glaube, das hat 3,50 Euro oder so gekostet. Und ja, ich bin absolut begeistert. Also wirklich, die Farbe ist richtig, richtig toll. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt jetzt auch davon was sehen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit der Kamera. Die nimmt das manchmal nicht so auf, wie es in Wirklichkeit ist. Ich nehme jetzt nochmal kurz so ein Spoolie irgendwie nochmal meine Wimpern durchgehen. Selbstverständlich darf Highlighter nicht fehlen. Das ist jetzt wieder die große Frage, was verwenden wir? Ich glaube, dass das als Highlighter zu krass ist. Es ist zu dunkel wahrscheinlich. Das ist diese Farbe, ja. Ich glaube, wenn man das als Highlighter verwendet, ist das zu balkig, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich werde diese Farbe hier verwenden. Ich kann die euch auch mal swatchen. Wer eines Swatches sehen möchte, der kann sich auch gerne nochmal das New-In-Video angucken. Ich kann das mal unten verlinken, aber eigentlich ist das Video davor. Nur wenn ihr das irgendwann mal später sehen solltet. Ich verlinke euch das einfach. So, und das nehme, gebe ich ja immer gerne mit diesen Pinseln auf. Da habe ich ja zwei Stück von H&M. Und ich habe mich dazu entschlossen, solche, diesen Pinsel für rosa, hellere Farben zu nehmen. Und den anderen für goldene Bronzer. Nicht Bronzer, Highlighter. Einfach nur damit... Ich weiß auch nicht. Ich mache das einfach so. So, und davon gebe ich hier was auf meine... Auf den höchsten Punkt meiner Wange. Boah, das ist echt ein krasser Schimmer. Können Sie das sehen? Also, ich sage es nochmal. Das ist eigentlich eine Blush-Palette. Ich frage mich nur, wie man zum Beispiel gerade diese Farbe als Blush tragen soll. Ich will mich nicht beschweren, weil ich finde das Teil hier unglaublich toll. Aber es ist meiner Meinung nach keine Blush-Palette. So, dann packe ich das jetzt auch zur Seite. Und jetzt fehlt nur noch was auf die Lippen. Und da möchte ich von Alverde einen Lippenstift benutzen. Und zwar ist das Sweet Kiss. Und der war aus der Winted Rose LE. Der sieht so aus. Und ich mag den total gerne, weil der... Der hält ganz lange auf den Lippen, weil der ist sehr wachsig. Und ja, ich mag das. Ich trage den mal eben auf. Ja, und das ist dann noch der Lippenstift dazu. Wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin wirklich begeistert. Das ist jetzt natürlich nur der erste Eindruck. Und natürlich habe ich nicht alles benutzt, weil... Zwei Paletten, da kann man ja nicht alles benutzen. Aber die Pigmentierung ist 1A. Ich finde die Blush-Palette auch einen Traum. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich werde bestimmt noch öfter was mit den Sachen hier schminken. Weil die Möglichkeiten sind ja unendlich. Und die müssen natürlich alle ausgekostet werden. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.